Regen, Sonne, Wolken, man könnte meinen, wir hätten schon April. In der Nacht kann es nochmal eisig werden, aber nur Geduld, am Wochenende erwarten uns frühlingshafte Temperaturen. In den Morgenstunden fällt bei 4 Grad noch leichter Regen, dann lockern die Wolken etwas auf und die Sonne kommt raus. Die Tageshöchstwerte liegen bei 5 und 6 Grad, in der Nacht kann es dann nochmal eisig werden. Die Aussichten für den Samstag sind weniger sonnig, leichter Regen und dazu ein starker Wind bei Werten um 7 Grad. In der Nacht bleibt es mild bei 9 Grad, am Sonntag und am Montag steigen die Temperaturen wieder ins Frühlingshafte, 12 bis 13 Grad, dazu fällt allerdings ein leichter Regen. Wetterbedingt könnten sich Kopfschmerzen verstärken und auch der Kreislauf ist stärker gefordert. Patienten mit niedrigem Blutdruck sollten keine negativen Auswirkungen spüren.